Christian, wir starten in unsere Gerüchte der Woche mit einem großen Namen und zwar Casemiro. Der spielt aktuell bei Manchester United und soll aber wohl das Interesse der Bayern geweckt haben. Was ist da dran? Das ist not true. Casemiro von Manchester United hat natürlich einen klangvollen Namen aus seiner Zeit bei Real Madrid, aber ist inzwischen halt schon 31 Jahre alt und sicherlich auch kein Schnäppchen. 70 Millionen Euro hat United 2022 für ihn bezahlt. Laut dem Bericht soll er jetzt für unter 50 Millionen Euro zu haben sein. Nur an der Säbener Straße, da weiß man von diesem Interesse nichts. Also Casemiro momentan kein Thema. Ein Sechser wird weiterhin gesucht, aber auch Palinja ist momentan nicht richtig heiß. Die Bayern, die wollen billige Lösungen im Winter machen. Man wird sehen, wo sie suchen. Innenverteidigung hat immer noch Vorrang.